Plastik bestimmt unseren Alltag. 300 Millionen Tonnen Plastik werden pro Jahr weltweit produziert, so 14 Prozent davon recycelt. Vieles davon landet wie manche Plastiktüte hier in den Meeren. Wie gefährlich ist Plastikmüll? Plastiktüten und Plastikflaschen sind nur das, was wir an der Wasseroberfläche sehen können. Tatsächlich schwimmt im Meer aber eine Menge sogenanntes Mikroplastik. Teile kleiner als 5 Millimeter. Mikroplastik gibt es zum Beispiel in Duschpeelings oder in Zahnpasta, denn die kleinen Plastikteilchen schmirgeln gut. Oder Gummireifen, sie verlieren Teilchen in die Umwelt. Oder synthetische Fließkleidung. Pro Waschgang gehen 2000 Kunstfasern ins Abwasser. Kläranlagen halten Mikroplastik nur zum Teil auf. Über die Flüsse kommt es in die Meere und von dort verteilt es sich wegen der Meeresströmungen weit. Am Ende landet Plastikmüll in fünf gewaltigen Strudeln in den Ozeanen. Der größte von ihnen ist doppelt so groß wie Deutschland. Sogar in der Arktis haben Wissenschaftler schon Mikroplastik im Eis nachgewiesen. Doch damit nicht genug. Das Plastik kommt aus dem Meer zurück zu uns. In Muscheln, Fischen und Garnelen wurde Mikroplastik schon nachgewiesen und kommt so in unsere Nahrungskette. Und gelangt Plastik in unseren Körper, kann es uns krank machen. Was lässt sich gegen Plastikmüll tun? Ein bisschen was ist schon in Bewegung. Länder wie Bangladesch oder Ruanda haben Plastiktüten schon komplett verboten. In Deutschland sind wir noch nicht so weit. Supermärkte und große Ketten bieten aber immer seltener kostenlos Plastiktüten an. Umweltschützer fordern auch, Mikroplastik in Kosmetikprodukten zu verbieten. Doch nicht überall ist Plastik schlecht. Zum Beispiel sorgen Plastikteile in Autos dafür, dass sie leichter sind und damit spritsparender. Umweltschützer sagen aber, dann müssten 100 Prozent der Plastikteile recycelt werden. Zum Beispiel